Und dann sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer, wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Da rufen sie einfach bei der Armee an und sagen, können Sie bitte bei den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschein. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie mal den Arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabische Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder, als die ersten hinterher sprangen. Um zu uns rüber zu schwimmen, liest die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wenn da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da stand in unserer Zeitung und wortwörtlich große, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es, in Ägypten kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählte sie einen Herrn Mursi als Präsidenten. Einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Mursi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Aber, sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte bei den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger ein Protestgeld machen und demonstrieren, erklären Sie die zu Terroristen und lassen Sie die einfach mal einen Haufen schießen. Und dann steht in unserer Zeitung und in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das dann nachgemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss erst mal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet nun zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden. Und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer, wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Härtung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sagen. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt, wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nun wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zum Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3.000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar, alles korrekt. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab. Die sind schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet. Die Welt wird über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie dumm daneben stehen, dann sind sie ein Kollateralschein. Was haben sie auf so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Vielen Dank. Danke sehr. Im Laufe des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preistagern aus der Schweiz und Preistaggerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall. Denn sowas kann man ja nicht steuern. Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten. Das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck. Das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen. In Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß haben dem Land den Rücken gekehrt. Das hätte einem ja vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampf im Manze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungs-Nutte. Die gegen Prostitution kämpft. Großartig. Und Uli Hoeneß, der Mann, der immer schon wuchst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre. Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in Länder exportieren, die sie nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten, wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexperte der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen Sie das bleiben, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffen in Spannungsgebiete. Wie weltfremd kann man eigentlich sein? Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht von Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen, das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit. Das sind doch Systemangebote, die wir da machen.